Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Alpers Meerwasser zum Abschlussbericht der Osmose Upgrades. Und zwar, der Levelkeeper von Reef Factory ist gekommen. Er ist verbaut, ich habe ihn jetzt mehrere Tage schon in Benutzung. Und wie das Ganze aussieht, wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ja Leute, willkommen zurück, danke für die Aufmerksamkeit und herzlich willkommen in meinem Technikbereich. Ihr seht, hier ist viel aufgefahren. Ich habe mittlerweile auch ein kleines bisschen was aufgehübscht hier. Die Keeper arbeiten im Moment parallel und machen ihr Ding. Kann ich eigentlich mich nicht genug beschweren. Kleine Differenzen sind da, aber die sind in meinen Augen marginal. Ich blende euch mal ein aktuelles Ergebnis ein, was von der heutigen Messung war. Aber das ist heute nicht Thema. Wir wollen uns im Levelkeeper kümmern. Und den habe ich hier jetzt schon verbaut und seit einigen Tagen im Einsatz. Und wie ihr seht, seht ihr ihn wahrscheinlich relativ schlecht. Hier unten drunter unter Dosierpumpe habe ich ihn installiert. Wir haben beim Levelkeeper zum Beanschaulichen einmal das Grundgerät. An dem Grundgerät sind zwei Anschlüsse dran, die ich dann mit den entsprechenden Levelsensoren verbinden kann. Diese Levelsensoren sind in der Höhe verstellbar. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, man kann den Anschluss nicht falsch installieren. Grundsätzlich ist es so, dass ein Sensor immer dafür da ist, den Minimalwasserstand, der ausgeglichen werden soll, zu erfassen. Und der zweite Sensor ist als Alarmsensor gedacht. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier tausche von der Optik her, ich blende euch das auch nochmal separat ein, wie das jetzt hier hinten installiert ist. Wenn ich das jetzt tausche von der Optik her, den einen auf Minimum heruntersetze und den anderen nach oben ziehe, dann fungiert eben der andere Sensor dann als normaler Levelsensor und der andere als Alarmsensor. Das ist schon mal sehr schlau gelöst. Das kann man nicht falsch machen. Den Strom bekommt der Levelkeeper, wie ihr hier seht. Hier unten ist der 220 Volt Anschluss. Und hier drüber wird die handelsübliche Pumpe angeschlossen. Oder in meinem Fall ist das das Kabel, was runter in den Keller geht. Blende ich euch auch nochmal eben kurz ein zu meinen Magnetventilen an der Osmoseanlage. Und wie das Ganze jetzt hier genau funktioniert, da gehen wir dann jetzt mal an die App bzw. an den Rechner und dann zeige ich euch das dann. So Leute, wir machen das Ganze hier mal parallel am Becken und auf der App. Blende ich euch dann dementsprechend mit ein. Ich schmeiße mal eben hier die Bildschirmaufnahme an. Und ihr seht, ich habe mich wieder bei Smart Reef hier eingeloggt. Nicht mit der App, weil die App hier mir meine Bildschirmaufnahme versaut. Hier können wir jetzt auch gerade mal eben kurz sehen, die beiden KH-Keeper. Ich wechsle mal in die Geräteliste, dann geht das ein kleines bisschen einfacher. Das sind die beiden Messungen von heute. Der Plus eine 6,0 und der normale halt eine 7,6 und 7,64. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und ich denke, das ist soweit in Ordnung. Da kann ich mit leben. Man muss ja auch immerhin sehen, die Größenunterschiede der Sonde bzw. die Messzyklen sind anders. Es sind andere Geräte verbaut, die etwas genauer titrieren. Vollkommen in Ordnung. Also das ist soweit okay. Aber nicht unser Thema. Wir wollen zum Level-Keeper. Und da haben wir hier im Dashboard schon mal stehen, was heute ins Wasser gegangen ist. Beziehungsweise was nachgefüllt wurde. Und das geht relativ einfach, ist es zu erklären. Es ist kein Sensor dran. Es ist im Prinzip genauso wie mit einer Dosierpumpe. Die wird ja auch mit der entsprechenden Menge, die sie gerade dann fördert, kalibriert. So, gehen wir mal hier rein. Machen das alles mal zu, damit das übersichtlicher ist. Und das ist meine Oberfläche hier, die ich im Moment nutze. Beziehungsweise so stellt sich der Level-Keeper dar. Die Installation erfolgt wie bei jedem Reef-Factory-Gerät. Erstmal muss man sich als entsprechende Netzwerk anmelden. Das Gerät dann bei Reef-Factory anmelden. Und anschließend kann man es dann im Smart Reef benutzen, verschieben, einsetzen, wo man es gerne hätte. So, um die Wassermenge exakt zu bestimmen, haben wir jetzt die Möglichkeit, hier unten rechts eine Kalibrierung durchzuführen. Und genau das gleiche im Prinzip wie bei einer Dosierpumpe oder bei einer Tetrierpumpe, wird dann dementsprechend ja hier eine 220 Volt Förderpumpe angeschlossen, die in meinem Osmosetank hängt. Und die Menge, die diese Pumpe dann innerhalb von 30 Sekunden fördert, die muss ich halt auffangen, abmessen. Und das Ergebnis wird hier eingetragen. Und somit kann man dann hochrechnen, was so Pi mal Daumen ins Becken reingegangen ist. Bei mir hier ist das sogar noch ein bisschen komplizierter. Ich habe das Ganze ja hier mit einem Rückschlagventil und ähnlichem aufgebaut. Aber ich habe auch festgestellt, es dauert bei mir auch eine gewisse Zeit lang, bis sich an der Osmosanlage unten der Druck aufgebaut hat, das Ganze jetzt wieder hier hoch fördert. Also das ist bei mir ein grober Anhalt. Also Pi mal Daumen. Ich habe das mehrfach ausgemessen und im Endeffekt ist es so, dass ich mir da einen Mittelwert genommen habe, um einen groben Anhalt zu haben, wie viel habe ich tatsächlich. Also das ist bei einer Förderpumpe, wie ich zum Beispiel hier unten habe, eine AquaBee, die lässt sich ja hervorragend auch als Osmoseförderpumpe einsetzen. Hier an diesem System, weil es halt auch eine 220 Volt Pumpe ist. Es kann auch eine kleinere sein. Es ist eigentlich egal, was ihr nehmt. Hauptsache, es passt zu eurem System. Das ist das Schöne. Man kann die entsprechenden Pumpengrößen anpassen. Man holt sich die Pumpe, die man braucht und setzt die dann an das System dran, kalibriert das Ganze und das System arbeitet damit. Hier habe ich ja, wie gesagt, meine Magnetschalter dran angeschlossen. Das Kabel läuft hinten rum, geht da hinten in die Ecke, in den Keller runter und dann runter zu meinen Magnetventilen. Das blende ich euch auch nochmal eben kurz ein. Gut, dann seht ihr hier eine Leiste, wo ich einstellen kann, wie oft das Gerät, ich sage es mal, befüllen soll. Um jetzt, ich sage es mal, die Belastung einer Pumpe runterzusetzen, kann man zum Beispiel hingehen und das alle 10 Minuten, 30 Minuten oder 60 Minuten einstellen oder man geht hin und wählt hier hinten eine kontinuierliche Messung. Das heißt, sobald der Level etwas untergeht, also zu wenig drin ist, wird sofort automatisch nachgefüllt. Die anderen Optionen, sprich zeitlich versetzt, sind halt dafür da, so wie ich das jetzt hier hinten gemacht habe, ich habe das in der Klarwasserkammer, in der Pumpenkammer eingesetzt. Da ist es egal, wenn der Wasserstand ein bisschen sinkt, habe ich aber jetzt so eine Klarwasserkammer nicht und habe das Ganze in einen Bereich eingesetzt, wo ich einen Abschäumer stehen habe, der ständig tatsächlich kontinuierlich immer den gleichen Wasserstand braucht. Dann ist es ratsam hinzugehen, das Ganze auf kontinuierliche Nachfüllung zu stellen. Ich kann es auch hier, wenn ich möchte, deaktivieren, ausstellen. Das ist eine Möglichkeit, die ist zum Beispiel dafür da, wenn ich jetzt Wasserwechsel machen möchte, hat aber den Nachteil, sie schaltet sich dann nicht mehr automatisch ein. Da gibt es jetzt eine Funktion, wenn wir jetzt hier ins Menü gehen, da kann man, das ist das dritte von oben, vorübergehend ausschalten. Da kann ich eine Zeit X eingeben, ich sage jetzt einfach mal 10 Minuten, weil ich gerade meinetwegen die Pumpe reinigen will. Dafür muss ich sie ausmachen und der Wasserstand hinten steigt. So, dann steht da jetzt vorübergehend ausgeschaltet und darunter läuft halt der entsprechende Timer. Das heißt, in dem Zeitpunkt werden keine Alarme gesendet, es wird nicht nachgefüllt und die Anlage ist erstmal deaktiviert. Sollte ich das aber nicht wünschen oder mich verdrückt haben, kann ich auch hingehen, vorübergehend ausschalten, gebe da wieder eine 0 ein und zack, die Anlage ist wieder aktiviert und läuft. So, gehen wir nochmal ins Menü rein. Wir haben dann hier die Möglichkeit des manuellen Nachfüllens, aus welchem Grund auch immer. Wenn ich Korallen verkauft habe oder wie auch immer, ich kann hingehen und kann manuell nachfüllen. Da gehe ich einfach drauf und gebe ihm die entsprechende Menge an. Ich sage jetzt hier mal 10 Milliliter, weil ich ja über die Osmoseanlage arbeite. Und dann geht er hin. Ihr seht, da unten ging jetzt gerade ein blaues Lämmchen an. Das heißt, dass er nachfüllt. Und die entsprechende Flüssigkeitsmenge wird jetzt zugeführt. Bei meiner Osmoseanlage brauche ich natürlich eine kurze Anlaufzeit. Das sind so 15, 20 Sekunden. Und man kriegt es auch jetzt hier nicht wirklich mit, weil ich das Ganze hinten an diesen Schwimmer angeschaltet habe. Aber seid versichert, es funktioniert. So, kommen wir zum, haben wir noch was? Ach ja, Beleuchtung. Wir haben eine Beleuchtung da unten drunter. Die kann man jetzt nicht sehen. Moment, einschalten. Ich glaube, das sieht man nicht. Die ist hier unten drunter und strahlt nach oben. Das kann man an- und ausschalten, wenn man das möchte. Hat eigentlich nur Showzwecke in meinen Augen. Ja, kommen wir zum Thema Sicherheit. Beziehungsweise auch zur Sicherheit hier diese Anlage bei diesem Setup, wie ich es gemacht habe. Ich habe euch ja erklärt, ich habe einmal eine mechanische Sicherung drin, die über den Schwimmer funktioniert. Blende ich euch mal eben mit ein. Das ist einmal der Schwimmer. Und das zweite Element sitzt unten an der Osmoseanlage. Die dann, das ist ein Vier-Wege-Ventil. Wenn sich dann Druck, ein zu hoher Druck aufbaut im System, wird dieses Ventil zugedrückt und unterbricht mir einerseits die Wasserzufuhr. Das ist Punkt eins. Wir haben aber hier auch die Möglichkeit, zwei Sicherungen drin, die ich aktivieren kann, beziehungsweise die verbaut sind. Und zwar ist es natürlich einmal der zweite Sensor. Der zweite Sensor ist dafür da, dass ich, wenn zu viel Wasser nachgefüllt wurde oder ich sage jetzt mal, ich schalte die Förderpumpe aus, dann bekomme ich einen Alarm. Ich gehe jetzt einfach mal hin und löse einen entsprechenden Alarm aus, indem ich den hier mal aktiviere. Zack. Ihr seht in der App, oben ist die 1 angesprungen und der aktuelle Stand zeigt mir, dass ich über den eingestellten Wasserstand bin. Ich gehe mal in die Meldung rein und zu hoher Wasserstand entdeckt. Beide Level-Sensoren sind unter Wasser. Das heißt im Prinzip, dass das Gerät erstmal vorübergehend deaktiviert ist. Solange da steht über, passiert nichts. Wird das Gerät selbstständig nicht mehr tätig. So, jetzt gehe ich mal hin und packe es wieder zurück. Wasserstand. Okay. Bekomme da drüber auch die entsprechende Meldung. Wasserstand hat sich wieder in den korrekten Stand, hat wieder den korrekten Stand erreicht. Also dementsprechend habe ich jetzt hier schon mal die erste Sicherung vom Level-Keeper aus. Die zweite Sicherung, die ich habe, ist eine maximale Fülldauer. Die kann ich hier eingeben und die ist dafür da, um Überschwemmungen zu vermeiden. Falls jetzt ein Sensor hängen bleiben sollte und der zweite Sensor dann auch noch versagt, habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte maximal, in meinem Fall habe ich 45 Minuten eingegeben, weil das mit der Osmoseanlage so in Ordnung ist, kann ich einstellen. Ihr seht es selber hier, maximale Nachfülldauer 45 Minuten. Nutze ich jetzt eine Pumpe oder ähnliches, kann ich zwei, drei Minuten sagen, wenn ich weiß, dass diese Pumpe in der und der Zeit das und das fördert. Das muss ich dann für meine individuelle Pumpe herausfinden und trage das dementsprechend hier ein. Das heißt also, sollte irgendwas hängen, aus welchem Grund auch immer, dass da hinten eine Schnecke dran ist oder wie auch immer, Teufel ist ein Eichhörnchen, ihr wisstet. Kann ich hier über diese Funktion das Ganze dann noch zusätzlich unterbrechen. Was heißt, ich habe meine Sensoren als Sicherheitseinrichtung. Ich habe hier die Option zu sagen, maximale Nachfülldauer. Zweite Möglichkeit, ich habe hier den Sensor drin. Somit habe ich drei saubere, entsprechende Sicherheitseinrichtungen, dass hier meine entsprechenden Wasserstände nicht zu hoch gehen. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Okay, dann haben wir noch die Möglichkeit, wie schon gesagt, die Beleuchtung, aber die ist in meinen Augen uninteressant. Und wir haben hier einmal die Übersicht, die mir zeigt, Moment, ich muss das Ganze mal auf sieben Tage setzen. Und ihr seht, hier ist einiges passiert. Das ist im Prinzip der Durchschnitt von den letzten sieben Tagen, den ich, wo befüllt wurde. Es sind insgesamt 20 Liter ins Becken gegangen innerhalb von sieben Tagen. Und das ist im Moment bei den Temperaturen, die ich hier habe, relativ okay. Ja. Ja, Leute, ihr seht, der Levelkeeper ist eigentlich sehr easy zu installieren und hat auch von den Funktionen her, ist er einfach zu bedienen in meinen Augen. Das Schönste ist natürlich, dass es wieder ein Gerät ist, was mit in der App in dem Gesang-Konglomerat, so sage ich jetzt mal, der ganzen Geräte von Refactory zusammenarbeitet. Es wird irgendwann demnächst auch möglich sein, das Gerät über Actions anzusteuern oder Level-Sensoren über Actions anzusteuern. Es ist aber noch Zukunftsmusik, sie arbeiten dran. Ja, alles in allem, wie gesagt, das Gerät ist einfach zu installieren und das letzte Update, was gekommen ist für dieses Gerät, hat das Ganze noch ein bisschen verfeinert und ist auf die Wünsche und Nöte der Community eingegangen. Als erstes war hier das Problem, dass die, ja genau, die Sensoren, dass man die so anschließen kann, wie man möchte. Es ist jetzt vollkommen egal, ob ihr den linken rechts reinsteckt oder den rechten links reinsteckt. Das System erkennt, das eine ist der Wasserstandsensor und das andere ist der Alarmsensor. Das erkennt das System. Dann haben wir als nächstes die, Entschuldigung, das Update zur maximalen Befülldauer. Finde ich sehr, sehr geil, weil, je nachdem, ich habe jetzt hier eine relativ lange Zeit, die das Gerät laufen muss und habe das so mehr oder weniger mal ausgelittert, so Pi mal Daumen, so 30, 35, 40 Minuten ist so das Maximum, was hier momentan, bei der momentanen Verdunstungsmenge nach einer Stunde nachgefüllt werden muss. Das ist auch die Option, die ihr dann für euch festlegen solltet, wenn ihr mit der Pumpe arbeitet. Wie lange darf die Pumpe maximal laufen? Das ist das Feature und das finde ich ein sehr, sehr geiles Feature, weil es gibt genug Anlagen, die sagen, okay, ich pumpe rein, ich pumpe rein, ich pumpe rein, weil ein Sensor hängt, weil der zweite Sensor komischerweise dann auch aus irgendeinem Grund versagt hat. Das ist dann jetzt hier nochmal die nächste Sicherheitsstufe, die eingebaut wurde. Solltet ihr definitiv nutzen, ist sinnvoll. Und was natürlich recht geil gemacht ist, weil es geht es ja darum, wenn der Alarmsensor ausgelöst wird, weil der Wasserstand gestiegen ist, bekomme ich Meldung. So, damit das Ganze nicht passiert, habe ich ja die Möglichkeit, als drittes Feature, was hinzugekommen ist, das Ganze, die Anlage zu deaktivieren, für einen von mir zu bestimmenden Zeitraum. Also, ich möchte jetzt für eine Stunde die Anlage ausschalten, weil ich gerade Wartungsarbeiten mache, an der Pumpe. Das heißt, der Wasserstand hinten steigt, ich würde Alarm auslösen, und, und, und. Kann man verhindern, indem man dann sagt, okay, ich deaktiviere das Ganze für eine Stunde, da läuft ein Timer mit, und nach einer Stunde schaltet sich die Anlage wieder ein und guckt, was ihr da veranstaltet habt. Ja, alles in allem, das Ding läuft, das Ding arbeitet, ich bin damit bisher zufrieden. Ihr werdet in meinen Tagebüchern definitiv darüber hören, sehen, und ich werde über die Gerätschaften auch weiterberichten. Ich werde mal sagen, ich habe genug über das Gerät gequatscht und über das Upgrade. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Ich bleibe euch auch treu. Euer Viper. Ciao.